Hallo, zurück hier zu PS3-Gamer-1895 und unserer Mann-gegen-Mann-Saison. Wir widmen uns wieder voll und ganz der Liga nachdem es ein Pokaljahr leider nicht so erfolgreich rief. In der Liga haben wir jetzt in der aktuellen Saison aus den ersten drei Spielen 9 Punkte geholt. Das ist sehr, sehr gut. Wir haben die letzten sieben Spiele überhaupt allesamt gewonnen. Das sehen wir auch oben bei der Form. Und ich hoffe, dass es jetzt so weitergeht und wir wieder erst das führen. Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Ich freue mich wie ein Schnitzel. Endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Großartiger Start in die Saison für dieses Team. Das Niveau halten, dann ist der Aufstieg machbar. Das Niveau halten, dann ist der Aufstieg machbar. Er ist doch! Fass zu schnell wie David Odomko, aber der war zu schnell für den Ball. Jetzt fangt bloß nicht an zu diskutieren. Das war ein klarer Alphabet. Und was für ein Tor! Was für Nerven in dieser Elfmetersituation! Aber schau mal, ganz, ganz sicher verwandelt, ganz abgezackt! Jetzt hat er den Platz, den er braucht! Achtung! Und Tor! Mach votre yönelte! Mache, ich finde sie freuen sich über solche präzisen Aktion! Jetzt sind die anderen fix und fertig, zweimal kurz hintereinander, das war's auch gut. Ja, also das ist für mich die Entscheidung in dieser klassischen Doppelschule. Direkt vor dem Tor abgemacht. Eine wunderschöne Entfernung für einen gefährlichen Freistoß. Da liegt das Ende, da wird schon ein Wiengebot dazu. Oh, Tor! Sehr kurioses Tor, weiß er. Ob Sie da wohl geistig schon bei Pausen Tee waren, der meistens Pausen Mineralwasser ist. Ja, es wird zumindest so, als hätten Sie schon abgeschaltet und alles andere auf die Wand. Das ist das perfekte Dribbling, den hält Karten. Was? Sascha Rösler. Super Pass! Was? Was ist denn? Wir gehen in den Flug. Jetzt müssen Sie es aber wissen, dass der Wand gefährlich ist. Jetzt hat er schon 2 Tore gemacht. Für jeden Torwart. Oh, scheiße. Habt ihr den Fall gesehen? Dann abseits. Es ist ja abseits, wenn der Schiri pfeift. Oder wenn der Assistent winkt. Und der Ausgleich liegt doch mal in der Luft. Spannend, viele Tore. Wo ist das los? Endresultat 4 zu 3. Das war ein fantastischer Start in die Saison. Tja, und das lässt die Hoffnungen weiterhin... Das, was ich natürlich gewonnen habe, das ist klar. Das war auch hochverdient. Aber ich natürlich immer noch darüber, dass das Tor, das ich nicht erzählt habe, da nicht gezählt habe. Schade, egal. Zwölf Punkte aus vier Spielen, das ist sensationell. Und ich brauche nicht mehr als vier Punkte, um dann den Aufstieg zu schaffen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal...